Hallo, mein Name ist Phil Morando aus der Schweiz, hier fangen wir an den Polgarten-Kreisdorf-World Cup, heute der Racetag. Wir sind heute vier Races gefahren bei immer besser werdenden Windbedingungen, um die 20 Knoten, 17, 18 Knoten. Hat super viel Spaß gemacht, macht sehr anstrengend, weil viermal ist auch noch ganz schön viel. Und wir freuen uns bei dem tollen Event hier, der größten Kaisdorf-Veranstaltung der Welt, auf weitere windige und um ein bisschen sonnigere Tage. Dankeschön, tschüss!